2. Bundesliga Die Euphorie ist groß, das Stadion ausverkauft, die Fans voller Hoffnung. Der HSV bestreitet sein erstes Zweitligaspiel und blamiert sich vor eigenem Publikum gegen den klaren Außenseiter aus Kiel. Bei seiner Premiere in der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV eine bittere Niederlage kassiert. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Freitagabend im heimischen Volksparkstadion dem Nord-Rivalen-Holstein-Kiel mit 0.3, 0.0 und sorgte damit unter den meisten der 57.000 erwartungsfrohen Zuschauer für Entsetzen. Bei hochsommerlichen Temperaturen erzielten Jonas Meffert, 56. Minute, der eingewechselte David Kinsombi, 78. und Matthias Honsack, 90.2, die Tore für die Kieler. Die zunächst begeisterten Zuschauer im ausverkauften Volkspark, darunter DFB-Präsident Reinhard Grindel, sahen eine gutklassige Partie, in der sich zunächst ein stürmisch angreifender HSV fünf Chancenherr ausspielte, Ito-3, Samperio-5, Poldby-12, Nari-19, 35. Doch nutzen konnte er keine. Die umformierte Kieler Mannschaft wurde mit zunehmender Dauer gefährlicher und hatte durch Matthias Honsack zwei Möglichkeiten, 32., 37. nach dem Seitenwechsel wurden die Schleswig-Holst eine immer freche und verunsicherten die Hamburger zusehends. Die Fehler bei den Gastgebern häuften sich, die Pfiffe auf den Ringen auch. Vor allem in den Zweikämpfen hatte die neu formierte Kieler Mannschaft, die in der vergangenen Saison als Zweitliga-Dritte erst in der Relegation zur Bundesliga vom VfL Wolfsburg gestoppt worden war, Vorteile. Die Abwehrreihe der Hamburger mit dem 19-jährigen Rekordrongelen und dem 21-jährigen David Barthes im Zentrum leistete sich einige Patzer. Trainer Christian Titz nahm nach der Kieler Führung Barthes nach erneutem Fehler vom Platz und ersetzte ihn durch den 18-jährigen Jonas David. Doch im zweiten Abschnitt verloren die Gastgeber ihre Linie völlig schweren Herzens hatte der HSV-Trainer auf Kapitän Aeron Hahn verzichten müssen. Der 31 Jahre alte Routinier, der als Spiellinke erneut auf der ungewohnten Mittelstürmerposition agieren sollte, schaffte es wegen Wadenproblemen erst gar nicht in den Kader. Für ihn rückte der vom spanischen Erstliga-Absteiger Utlas Palmas geholte Jiro Samperio ins Sturmzentrum, der Japaner Tatsuhito übernahm die linke Seite, konnte seine Dribbelstärke aber nicht wie gewohnt ausspielen. Im Team der Kieler hatte Trainer Tim Walter sechs Neuverpflichtungen aufgeboten, die sich erstaunlich harmonisch einfügten. Vor allem der südkoreanische Nationalspieler Jaesong Lee wusste mit sehenswerten Zuspielen zu gefallen. Auf der Gegenseite wechselte Titz-Stürmer Pierre Michula Sokka ein, doch auch der wuchtige Angreifer schaffte den Ausgleich nicht. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team